Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Schicksalstag am 15. Januar 2018 Jeder von uns hat Wünsche, Träume, Sehnsüchte, Visionen. Es gibt Menschen, die glauben daran. Sie setzen das als Ziel und sie erreichen auch ihre Ziele, weil sie verlieren diese Glauben nicht und sie sind davon überzeugt, dass sie das auch erreichen. Diese Menschen sind erfolgreich im Leben. Die meisten von uns verliert diese Glauben. Es gibt bestimmte Tagen, wo das intensiv wirkt. Es gibt Tage, wo das entscheidend ist, ob wir wirklich verlieren diese Glaube und geben wir das auf oder bleiben wir von dieser Überzeugung, dass das erreichbar ist. Dann gibt es auch Tage, wo wir das verinnerlichen können und wir spüren diese Quelle, diese inneren Kraft. Es gibt auch Tage, wo uns das klar ist, was wir erreichen wollen. Und diese Tage nenne ich als Schicksalstagen, weil das beeinflusst, unserem Leben beeinflusst, unserem Schicksal, weil in solchen Momenten treffen wir klare Entscheidungen. Erreichen wir unsere Ziele oder geben wir auf. Und dieser 15. Januar ist auch ein Tag und es ist das Inneren, das zu verinnerlichen oder diese Kraft spüren an unserem Inneren. Immer wieder gibt es andere Themen. Manchmal handelt sich das um die Liebe. Manchmal handelt sich das um berufliche Situationen. Und diesmal, bei diesem 15. Januar geht es um die wahre Berufung, um den beruflichen Weg, was uns ein erfülltes Leben schenkt. Die schöpferische Kraft, weil sind wir davon überzeugt, dass wir das erfolgreich umsetzen können. Thema kann auch ein Auslandsaufenthalt sein. Der Wunsch im Ausland zu leben. Oder ein Studium. Diese drei sind gerade die Themen Berufung, Ausland, eine Reise oder im Ausland zum Leben und ein Studium. Was unterstützt gerade dabei? Das ist die Partnerschaft. Der Partner oder Partnerin kann gerade eine gute Unterstützung sein, weil das motiviert uns. Gibt es Hindernisse? Ja, es gibt auch Hindernisse. Und das sind die Verborgenen. Die Neider, wo sich nichts offen zeigen, kann bedeuten, dass wir dazu neigen, unseren Träumen, Visionen vermitteln und andere versuchen uns abzuraten oder sind neidisch und kann passieren, dass der Stein im Weg gelegt wird. Also achtsam sein. Es kann passieren, dass gerade jemand versucht, das zu verhindern. Und es ist nicht die Partner oder die Partnerin, sondern es sind die Neider. Was ist wichtig bei diesem Thema Berufung? Es gibt viele Menschen, die arbeiten fleißig. Sie verbringen viel Zeit im Arbeitsplatz, sind aber unglücklich, weil sie leben nicht ihren Berufung. Und heute ist ein Tag nach innen schauen, weil die Frage stellen, ist es wirklich meine wahre Berufung oder sind es andere Möglichkeiten? Was kann ich dafür tun? Natürlich neigen wir dazu, das Aufgeben und dann erklären wir das auch. Ich habe die Ausbildung nicht, ich bin zu alt dazu oder ich habe eine sichere Arbeit, das kann ich nicht aufgeben und jetzt etwas Neues starten. Aber wichtig ist in diesem 15. Januar doch für einen Moment mal nach innen halten. Wollen sie ihr ganzes Leben damit verbringen, unglücklich sein? Immerhin verbringt man viel Zeit im Arbeitsplatz oder lohnt sich das wirklich neu orientieren? Welche sind auch entscheidend? Dazu kommt noch etwas. Die Energie Es besteht alles aus Energie Und wir Menschen haben auch Energiefeld Und diese Energiefeld kommt von uns selbst Von unserem Inneren Und es besteht aus unserem Denken und von unserem Fühlen Jetzt gerade bei diesem Wunsch, die Berufung zu leben oder im Ausland zu leben oder ein Studium beginnen, das sind gerade die Wünsche, was angesprochen wird in diesem 15. Januar. Die Begeisterung begleitet uns Die Begeisterung, die schöpferische Kraft Dadurch bewegt sich auch einiges oder fangen wir an zu zweifeln oder haben Angst davor. Es sind auch Stolpersteine in unserem Leben. Also es ist wichtig, an unserem eigenen Energiefeld achten. Weil das ist unsere Ausstrahlung und all das, was wir ausstrahlen, ziehen wir auch an, weil das ist die Anziehungskraft. Und diese Anziehungskraft funktioniert auch in der Liebe, Partnerschaft selbstverständlich. Auch bei zwischenmenschlichen Kontakten oder bei Freundschaften. Da entsteht Sympathie, entsteht Liebe. Aber es funktioniert auch im Bereich Arbeit, weil wir ziehen auch die richtige Arbeit an. Oder im Finanzen kommt auch im Fluss. Andere Menschen haben auch ihren Energiefeld. Auch was einzigartiges. Die Orten, wo wir uns bewegen oder leben oder hier geht es auch um Arbeit, wo wir arbeiten, haben auch was eigenes. Energiefeld. Die Räumigkeiten auch. Und es ist wichtig auch daran achten, dass alles in Harmonie kommt. Dazu noch die kosmische Energie, was ständig ändert, aber beeinflusst die Energiefelde. Und jeder Mensch nimmt das etwas anderes wahr. Und diese harmonisierende Wirkung, das können wir beeinflussen. Beeinflussen. Viele Hilfsmittel gibt es wie Töne, Musik, Klang, Rhythmus, Farben, Düfte, Halbedelsteine. All das kann harmonisierende Wirkung haben auf unserem Energiefeld. Beziehungsweise unser Energiefeld kommt von uns selbst. Aber die Verbindung muss stimmen. Das harmonisiert das alles. Und dazu möchte ich etwas empfehlen. Also bei diesem 15. Januar geht es um Berufung oder Auslandsaufenthalt oder ein Studium. Bei jedem Neuanfang hilft die Ritualkerze die orangenen Farben. Weil das zeigt auch die Sonnenkraft, die Begeisterung. Und das steht für Neuanfang. Also gerade wenn wir das Vorhaben beruflich zu verändern, das ist auch ein Neuanfang. Also wir können mit diesem Ritualkerze arbeiten. Dann gibt es auch Düfte. Genau. Die Ritualöl. Und ich empfehle, diese Ritualöl öffne den Weg. Die richtige Entscheidung treffen. Mit diesem Duftöl können Sie diese Ritualkerze bepinseln und dann brennen lassen. Oder diese Amulett. Das symbolisiert den Baum des Lebens. Die Verwurzelung. Jetzt geht es um die Berufung. Den richtigen Platz zu finden beruflich und dafür ankert zu sein. Und das können wir auch als Amulett tragen. Da empfehle ich auch dazu diese Duftöl, diese Ritualöl. Weil wir können diese Anhänger auch bepinseln. Und das hat auch seine Wirkung. Wenn wir Klarheit bekommen möchten, dann empfehle ich die goldenen Ritualkerze. Das hilft nicht nur bei Klarheit, sondern auch bei Finanzen. Dann gibt es auch Düfte. Dieser Duft hilft bei Entscheidungen. Klare Entscheidungen zum Treffen. Angenehme Duft, das sind Räucherstäbe. Das können wir auch als Hilfsmittel benutzen. Oder, weil ich erwähnt habe, das gibt es auch Neide. Das kann passieren, dass jemand versucht, das zu verhindern. Oder es gibt einen Rat, ist aber nicht gut gemeint. Und das verunsichert uns. Und dann neigen wir wieder zu unseren Träumen, unseren Wünschen aufgeben. Also wir brauchen auch Schutz. Und das ist wie eine Abwehr von negativen Kräften. Das ist der Duft von Möhre. Und all diese Hilfsmittel befinden sich in meinem Shop. Und dann www.tenderasusannamedici.com Ich kann das alles zusammensetzen, etwas empfehlen für bestimmte Themen. Was noch auch sehr wichtig ist, welcher Augenblick, welcher Zeitpunkt damit wir arbeiten. Die Amulette können wir natürlich immer tragen. Aber ein kleines Ritual vorzunehmen, wichtig ist auch der Zeitpunkt. Es gibt Tage, wo nichts wirkt. Und es muss alles abgestimmt werden. Und dazu benötige ich die Geburtsdatum, wenn das möglich ist, mit Uhrzeit und Geburtsort. Und ich berechne das, welcher Augenblick, welcher Tag ist unterstützend, weil das passt auch die kosmische Energie dazu. Bei Bestellungen bekommen Sie einen Termin gratis. Und nicht vergessen, immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.